Der Weg ist fertig. Wir gehen jetzt ganz schnell hoch in unser Haus, hoffen, dass wir nicht unbedingt auf so viele Zombies treffen, die uns glaube ich schon verfolgen. Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Projekt. Ja, ich bin zurück nach meinem wöchentlichen Urlaub, also eine Woche Urlaub. Skifahren war ich. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge mal wieder gemeint und nichts gefunden. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Hallo, ich will eine Runde schlafen. Wir werden jetzt... Was machen wir denn? Haben wir eine... Haben wir eine... Nee, ne, 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 ein Schwert haben wir nicht. Ich glaube, ich habe hier noch Zeug in den Ofen geschmissen, oder? Gold. Oh, da haben wir auch noch... Äh, jau, Eisen. Können wir uns gerade mal ein Schwertchen machen? Und dann gehen wir mal raus und gucken mal, was wir da machen, was wir anstellen können. Ah genau, und hier hatte ich ja auch noch einen Weg gebaut. Hatten wir noch Gravel? Warte mal, wir kicken hier. Da kann der Bernd Enderman. War aber nicht. Oh, da habe ich noch. What the hell? 64 Eisen. Habe ich ja letztes Mal richtig gefarmt. Wenn man so lange nicht da war, dann weiß man das gar nicht mehr. Also Gravel haben wir hier nicht. Dann gehen wir mal hoch ins Häuschen. Ja, Mr. Greeper. Mr. Greeper. War ja mal wieder super klug. Wollt voller Attacke gehen und dann, ähm, ja. Gefailt. Aber es ist ja schon bekannt bei mir. Ja, hier, ähm. Unser Minecraft City Server macht leider mal wieder Probleme. Deshalb, ähm, kann ich zur Zeit leider nichts aufnehmen. Macfisto arbeitet dran. Der Support arbeitet dran. Also wir hoffen, dass wir bald wieder online gehen können. War ein bisschen ein Problem vom Anbieter. Dass der ein Update gebracht hat und es dann nicht mehr funktioniert hat. Und wir haben kein Gravel mehr. Und dann haben wir noch das Problem Oh, 30 Steaks. Holla, die Wald. Uh, mm, 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 mm. Lege, 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 lege. Ähm, und dann haben wir noch das Problem, dass wir Ich brauch mal ein bisschen Schaufeln und muss ein bisschen Gravel fahren. Und dann haben wir noch das Problem, dass irgendein Block spinnt. Wobei nicht ganz klar ist, ob das daran liegt, dass da ein Update erfolgt ist. Oder wie auch immer. Also das ist wissen wir leider nicht. Wir probieren gerade die Map zu retten. Und hoffen, dass wir das auch hinkriegen. Sonst wäre nämlich die ganze Minecraft City Welt ähm verloren. Und das wollen wir nicht. Weil wir haben jetzt schon ein halbes Jahr, glaube ich, da rein investiert in die Map. Und deshalb wollen wir uns die eigentlich erhalten. Wir hoffen, dass wir es hinkriegen. Und dann gibt es auch demnächst wieder Minecraft City Folgen. Und dann holen wir uns hier mal noch ein bisschen Gravel. Äh, ich sehe nichts. So, so ist schon mal viel besser. Oh, da drüben hat es auch noch Gravel. Dann plündern wir hier einfach mal. Gut, nächste Erde. Gibt es hier noch eine? Ne, Gravel ist ja normal immer so... Ah, hier. Scheiß Gravel. Nervt mich. Tötet mich immer. Fällt auf mich drauf. Aber ich finde, für die Wege kann man den sehr gut benutzen. Und ich möchte jetzt eben die Wege mal vor allem zwischen meinem Haus und dem Dorf fertigstellen. Daher müssen wir jetzt halt ein bisschen Gravel fahren. Und ich habe irgendwie hier ein paar Lecks, glaube ich. Ja. Und zwar nicht ganz so ohne. Die FPS-Zahl ist zwar noch recht gut bei 19. Und die nächste Schaufel. So, was haben wir jetzt? Haben wir zwei Stacks oder so. Drei sogar schon. Ist gut. Und hier Andesit und so Zeug haben wir auch noch freigelegt. Wir gucken mal schnell, ob wir hier nochmal Gravel finden. Wenn wir da jetzt noch was finden, dann nehmen wir das noch mit. Hm, zwei. Hier hat es noch. Vier. Toll. Mega, mega Vorkommen an Gravel. Egal, das reicht jetzt. Dat muss reichen. Rater, 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 Hä? Nein. Ich dachte, da wäre noch Eisen. So. Texturepack haben wir hier, greife ich gar keines drauf, oder? Resourcepacks, no default. Okay. Okay, wenn ihr irgendwelche Texture Packs wisst, die wirklich gut aussehen, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare und macht mir Vorschläge für ein cooles Texture Pack. Warte mal hier. Nein. Ich habe die... Das ist ein Zufall. Genau hier... Ach so, fliegen geht ja hier gar nicht. Genau hier, wo mein Gang unterirdisch verläuft, genau da habe ich den Weg angesetzt. Und zwar nicht geplant, sondern hier die Treppe runtergesetzt. Also das war wirklich Zufall. Der Zufall will es so. Ja, wir bauen hier natürlich wieder unten drunter zu, damit hier eigentlich gar kein Platz für Monster, dass die da spawnen können. Ein verfluchtes Erdkühlchen. Zu wenig. Erde brauchen wir. Wir hätten oben im Haus auch noch Erde gehabt. Fällt mir doch gerade ein. Wir müssen noch ein Stückchen graben. Also ich weiß nicht, weshalb ich heute so länge kann. Aber hier werden wir mal... ...aufschütten. Also so viel Erde will ich doch nicht abbauen. So, gut. Bisschen Terraforming darf auch sein. Oh. Zum Glück haben wir uns einen Haufen Schaufeln gemacht. Oh, jetzt wird es aber arg dunkel. Ruckzuck geht es hier. Aber wir haben ja hier das Dorf gesichert vor Monstern. Und deshalb können wir hier unbeschadet einfach schlafen gehen. Schlafen. Einmal ratzen. Nö. Da muss man halt. Zombies? Nee, keine Zombies. Gestern habe ich nur Bekannten gesagt, wann wir wieder da sind. Oder wann ich voraussichtlich wieder dort sein wird. In unserer Dart-Kneipe. Jetzt fragt sie mich gerade, wann ich denn wieder dort bin. Also eigentlich war ich der Meinung, dass ich das ja gestern so gesagt hatte. Okay. Aber das muss jetzt warten bis, ähm, nach der Aufnahme. So. Wir können, glaube ich, hier das Loch noch ein bisschen stopfen. Ja, ich würde hier gern, äh, den ein oder anderen Mod drauf machen. Zum Beispiel Inventory Tweaks. Weil der ist ja einfach vereinfacht. Zum Beispiel, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Wenn ich 5 Stacks Erde im Inventar habe. Und ein Stack leer ist. Dann rutscht es einfach nach. Ist natürlich zum Bauen viel einfacher. So, dann müssen wir hier noch entlangbauen. Damit wir auf den Weg treffen. So. Wir kriegen das, glaube ich, alles ganz gut gerade gebacken. Äh, gebacken. Punkt. Wir müssen dann nur noch gleich ein paar Stufen machen. Und dann haben wir den Weg soweit erstmal fertig. So. Hm, hm, hm. Na, guck. So wie jetzt. Inventory Tweaks würde jetzt einfach das nächste Stack hier reinziehen. Und dann, ähm, können wir auch ohne Unterbrechung weiterbauen. So müssen wir da immer das, die nächste Ladung Baumaterial ins Inventar ziehen erst. Also für solche Mods wäre ich hier eigentlich ganz schön offen. Ich habe, äh, letzt ein Tutorial gesehen. Hallo. Was leckt denn da die ganze Zeit? Ähm, ich werde es vielleicht die Tage nochmal ausprobieren. Und damit ich das dann habe. So, jetzt holen wir mal gerade ein paar Stufen, weil ich bin der Meinung, dass ich da oben noch welche habe. Na, das sieht doch schon toll aus. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Zäune. Stufen hier. Ähm, Zäune. Holz. Holzzäune. Keine. Ah, doch, warte, 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 warte. Die haben wir unten im, im anderen Haus. Na, beziehungsweise in der anderen Kiste. So, zack, zack, zack. So bauen wir das hier. Na, so nicht. Ah. Nein. Ist doch, also Schwachsinn ist doch das. Hallo. Plopp. Plopp. Na, geht doch. So. Das passt schon mal. Dann müssen wir hier noch ein paar Stufen hinpflanzen. Ja. Tschakka. So. Das passt. Dann machen wir hier noch ein paar. Gleich noch ein bisschen den Weg weiter. Nein, 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 nein. Ist doch doof, ist doch das. So, wir haben zwar, äh, ich glaube, dreieinhalb Stacks Gravel gefahren gehabt, aber der ist schon wieder weg. Und mit Futons hat man auch mal was. So. Wir setzen jetzt noch schnell ein paar Fackeln. Und dann war's das für die Folie hier. Darum sehen wir uns in der nächsten Video. Hoffe ich doch. Äh, ich hab hier keine Zäune mehr. Ich nehm mal hier das Eck Kohle, äh, Eisen. Und hau das mal hier in den Furnace ein. Weil es schadet nie, wenn man, ähm, ein bisschen Eisen hat. So. Kann man mal gucken. Ich glaub, so war's. Ja. Was ich auch cool finde, ist eben die Dorfbevölkerung hier. Äh, ne, nicht F5, sondern F7. Ach, F7 gibt's eh ja gar nicht. Voll verarscht. So. Die Standardlampen bei mir. Hm, da ist wieder eine Kuh. Aber Kühe haben wir ja eigentlich genug. So. Und dann machen wir hier noch welche hin. Ja, jetzt ist ein bisschen Konzentration gefragt, das immer richtig zu platzieren. Also, vor allem die Fackeln auf den, äh, Zäunen und nicht neben den Zäunen. So, jetzt gucken wir grad mal, wie wir das aus der Richtung machen. Ach so. Das war schon so geplant hier. Egal. Machen wir hier noch welche drauf. Und da welche hin. Ähm, ich hab da gar keine Axt mehr. So. So. Es soll ja auch nicht zu viel sein. Ähm, zu viele Fackeln. Es darf ruhig noch ein kleines Restrisiko bestehen, wenn man hier lang läuft. Aber es sieht halt, glaub ich, in der Nacht recht cool aus. Und da ist, glaub ich, grade Nachtwirt. Ja. Sonnenuntergang. Gehen wir mal schnell hoch in die Wohnung. In mein Häuschen. Und dann sehen wir nämlich, von dort können wir gucken, wie der Weg aussieht. Sieht so ein bisschen aus wie, ähm, der 13. Krieger. Habe ich so das Gefühl. Ähm, sorry, war grad abgelenkt, musste WhatsApp lesen. Ähm, vom 13. Krieger. Da gibt's, äh, das ist ein Film. Der ist ziemlich cool, denn, äh, der, also, wahrscheinlich werden nicht jeder, der Minecraft spielt, den Film kennen, weil er einfach, äh, eine gewisse, eine gewisse Altersfreigabe hat. Aber ist ein sehr cooler Film. Und, ja, da gibt's eben auch einen Glühwurm, sozusagen. Und, äh, das sind halt auch lauter Fackeln, im Endeffekt. Und das ist recht cool. Äh, mann. Ich will doch hier ein bisschen bauen. So. Der Weg ist fertig. Wir gehen jetzt ganz schnell hoch in unser Haus. Hoppen, dass wir nicht unbedingt auf so viele Zombies treffen. Die uns, glaube ich, schon verfolgen. Ja, da kommt ein Zombie. Ey, Alter, du kommst ja nicht hoch. Ja, der Zombie hier verfolgt mich immer noch. Also, es sieht sehr cool aus hier. Hammerholz. Oh, yeah. Machen wir mal gerade hier zwei Druckplatten. Okay, den Zombie habe ich abgehängt. So, ist doch eine ganz coole Sicht von hier. Kommt der jetzt doch? Nee. Ist doch eine ganz coole Sicht von hier oben. Da hinten das Dörfchen beleuchtet, der Weg beleuchtet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft. Minecraft. Minecraft.